Hier ist die Anleitung, wie ihr beim Shimano Antrieb die Uhrzeit auf dem Display umstellt. Als erstes drückt ihr links unten den Knopf lange, um ins Menü zu kommen. Im Menü geht ihr mit dem Shifter eine Ebene nach unten und bestätigt die Eingabe wieder mit dem unten Knopf. Jetzt könnt ihr wieder mit dem Shifter die Uhrzeit ändern und mit dem Bestätigen-Button wieder speichern. Hier könnte man die Minuten noch einstellen. Jetzt ist man fertig und kann das Menü wieder verlassen.